Zapp! Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Warp-Geflüster am Dienstag, den ich 13.04.2021. Ich habe mein Vipoteschen dabei, ich dachte mir, ich sabbe schon mal ein bisschen ins Mikrofon rein, während ich gleichzeitig noch auf das Datum schaue, damit ich das mal zum Start auch am Start habe. So nicht, konnte man ja mal fein vergessen. Ja, einen wunderschönen Abend euch. Der Honigtopf ist wieder mit am Start. Und jede Menge an neuem Zeug ist ebenfalls mit am Start. Also diesmal habe ich wirklich sackend viel mit und ziemlich großes Zeug und ziemlich schöne Ankündigung. Ich freue mich total, mit euch einen wundervollen Abend des Tabletopps verbringen zu können. Und bevor wir uns die Neuheiten anschauen, gibt es jetzt erstmal ein bisschen Musik auf die Ohren. Dieses Video wird ermöglicht durch eure Einkäufe in der Spielebude, sowohl vor Ort als auch in unserem Webshop, sowie durch euren Support über unser Ticketsystem und Patreon. Herzlichen Dank dafür und jetzt viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! so oder herzlichen dank an torben und an du für das abonnieren das ist gerade leider in der musik untergegangen herzlichen dank dafür und einen wunderschönen guten haben noch an alle übrigen leute die auch sich im chat eingefunden haben es ist schön dass es vieles viel was über das wir heute quatschen können ja und ganz ganz viel tolles an neuen sachen in der letzten woche hat es mit dem live video ihr leider nicht hingehauen in dieser woche habe ich ein kontrahenten aus unserer community der sebastian er kommt vorbei das heißt diese woche donnerstag ist wieder ein wundervolles live video dabei und zwar gibt es in dieser woche eine ründchen age of sigma und zwar die seraphon die wird der sebastian mitbringen gegen naja ich bin damit hin und her schwanken entweder gegen die luminous realm lords oder gegen die dort ist of kane und ich bin sehr 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 gespannt auf das spiel denn das ist glaube ich so ein ding da können alle ordentlich mit fiebern und es ist davon auszugehen dass ich so richtig hart über den tisch geledert werde ja denn sebastian ist ist großartig spielt allerdings auch großartig und ich überlege gerade also ich ich weiß gar nicht ob und wenn ja wie häufig ich schon gegen ihn überhaupt gewonnen habe und ich habe mir jetzt kaffee auf meine hose gekleckert ist das da seht ihr mal wie nervös ich vor dem spiel bin ja also diesen diesen donnerstag gibt es großartiges age of sigma spielchen live mit euch wie und anschließend möglicherweise dann aus der dose so dass ja ich sehr darauf gespannt ich brauche jetzt ein schluck oh man da kann man ja nur froh sein ihr seht das nicht und wir sind alle im home office ne die die buchse die habe ich mir heute irgendwie sowieso schon kaputt gerissen da ist hopfen und malz verloren da geht sowieso nichts mehr also insofern da alles gut gut aber bevor ich weiter über meine hose seniere und erzähle und ihr mehr über meine hose erfahren müsst bei ganz vielen sachen ja die euch da sicherlich gar nicht interessieren würde ich doch sagen huschen wir mal eine runde rüber spiel dort okay murathy regelt es schon eventuell ich könnte mir allerdings vorstellen weil sebastian spielt gerne fluffig spielt aber zum beispiel auch unheimlich gerne auf turnieren der ist auch viel auf turnieren unterwegs und ich glaube der würde da eine ziemlich gute antwort haben ich werde mal mit dem quatschen im moment erst mal zum 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 austesten des ganzen tausend punkte überlegt um auch dann da mit der technik und einem noch mal zu zu schauen und zu schauen wie kriegt man das ganze zeitlich übersichtlicher denn das habt ihr ja wahrscheinlich beim letzten mal mitbekommen so zwei runden auch wenn danach das ziemlich eindeutig war aber diese zwei runden warmer 40k waren geschnitten knapp drei stunden und waren in real time knapp sechs stunden und dementsprechend wollen wir da natürlich schauen wie kriegt man das hin dass das wir das für euch zeitlich vielleicht etwas überschaubarer machen können bis wir aber ja ich sag mal gleichzeitig auch nicht die listen so klein machen dass das wird quasi nichts mehr auf dem feld haben denn das soll ja schon auch noch so sein dass man natürlich auch ein paar synergien in seinen armeen herausarbeiten kann der test von uns aber dran und ich bin da sehr gespannt und freue mich total aber wie gesagt das gibt es am donnerstag jetzt huschen wir mal eine runde rüber nämlich zu warhammer 40k und ich habe da mal ein paar schöne profile mitgebracht die heute angetriggert wurden denn es sind die end welche wochen in nottingham und was das bedeutet das kann man sich vorstellen wenn man schon ein wenig im hobby drin ist und zumindest einige zeit im hobby drin ist nämlich es gibt und neues battle tome und da ist es so man man sieht da werden jetzt so langsam so ein paar waffen profile genommen es wird gezeigt wie wird es mich wundervoll in die neue kodex struktur mit reingebracht und ich bin sehr sehr gespannt wie wie das atmech von den von den befehls strukturen sein wird da ja bislang das bei ich sag mal bei allen möglichen kodizes immer so ist dass die ja ich sag mal dass das die die reglementierung welche chefs wann wo wie warlord sein müssen oder wen überhaupt mitnehmen darfst immer sehr genau sind und prinzipiell auch sehr fluffig sind und dementsprechend klar den call den kannst du nicht immer mitnehmen aber ich bin sehr gespannt wie der tech priest dominos dastehen wird ob das der oberste boss ist so dass man den auch nur einmal mit in seine armee reinpacken darf wie dann der kleinere tech priest aus der aus der killteam box anschließend dieses gefüge reinkommt und falls auch der quasi als form also ich sag mal so eine form von adjutant nur einmal mit rein darf wer denn danach kommt ob es dann der normale tech priest ist der der bei den beiden baymax mit dabei ist ob eventuell neue modelle mit dazu kommen dass das werden wir sicherlich in den nächsten tagen wochen sehen je nachdem wie schnell die ganzen releases sind da bin ich wie gesagt da bin ich ziemlich ziemlich gespannt was das angeht gut aber gehen wir erstmal zu den waffen und zwar ist es da so dass dass die waffen logischerweise auch gepimpt werden denn das was das letzte spiel unabhängig davon ob wo wie man eventuell wahrscheinlich und hass nicht gesehen taktisch andere sachen hätte machen können muss man einfach sagen dass die aktuellen battle tomes beziehungsweise die aktuellen kodizes mal eine ganz andere gangart sind und wenn man sich anschaut guck mal hier wie schön deine neuen waffen werden wenn du admech spieler bist ich finde es unterstreicht das ganze ding einfach so also ich finde auf der einen seite freut es mich sehr fürs admech dass die waffen so enorm besser werden wie ich finde auf der anderen seite unterstreicht es diese diesen gap hast du eine armee mit einem alten kodex dann kannst du nahezu einpacken wenn du gegen jemanden spielst der neuen kodex hat oder der neue kodex ist beinahe auto win außer du 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 stellst es extra so an also dass ich glaube das wird schon schwierig oder ist schwierig alter und neuen kodex zu verbinden und admech spieler wie gesagt können sich freuen aber ich finde das was was oben an peak dazu kommt das ist schon sehr also ich finde da sieht man einfach diesen enormen gap altes buch neues buch und da da ich sag mal da scheint games workshop auch kein blatt vor den mund zu nehmen in anführungsstrichen die machen es relativ deutlich die alten kodizes die armeen bekommen halt keine liebe mehr und die neuen sind eine ganz andere gangart so lange bis diese gangart auch wieder für alle relativ normal ist aber das ist ja so ich sag mal der tonus den kennt man von games workshop aber es ändert sich aus einem rapid fire 1 gewehr auf 30 zoll mit stärke 4 ds 0 1 damage und einem boot row von 6 plus wert heavy 2 auf 30 zoll und der ds von 1 ist schon dabei finde ich ist eine ganz ganz krasse verbesserung denn ja ich sag mal bei 30 zoll da brauchst du dich bei heavy 2 nicht mehr wirklich bewegen also das heavy kannst du vernachlässigen du schießt auf 30 zoll immer zwei feine schuss und brauchst keine 6 plus mehr für den ds also das ist schon ein krasser krasser buff den den diese waffe da bekommen hat zumal die bei den skitari rangern ja die standard waffe ist ja also da kommt dann so ein ganzer trupp an die werden sicherlich an den punkten nicht so viel drehen das haben sie bei den anderen sachen nicht auch nicht gemacht die auf 30 zoll denn zwei schuss pro nase haben das ist dann schon tau style ich glaube ich glaube die tau die werden dann neidisch darauf schauen so muss man sagen also das ding ist auf jeden heißt was ich noch krasser finden ist der gesell hier vorne die a greife die a greife war aus meiner sicht in der allen edition immer ein ziemliches punkte grab und das teil haben sie mal richtig nach oben gezogen sei es die stärke ist geblieben aber 6 soll erweiterte reichweite immer noch mit rapid fire dabei und vorher war es so dass man ja d3 damage auf einem fahrzeug machen konnte und jetzt macht man immer d3 der mensch mit einem besseren ds und wenn auf dem fahrzeug drauf eierst dann macht der 3 damage flat und auf der 4 plus verwundet das target immer das ist schon mal nicht schlecht ich finde es mit 4 plus hat so ein bisschen was von von allen edition warhammer 40k denn da gab es dann auch die die haywire waffen da wurde das ding auch zu gehört hat und die waren eigentlich immer darum damals hieß es um um fahrzeuge kaputt zu streifen denn ich sag mal diese diese regel mit auf der 4 plus machst was schönes bei dieser form von waffen bei fahrzeugen das das kommt aus einer zeit da hatten da hatte man immer noch eine schadenstabelle für fahrzeuge moin moin da hatte man immer eine schadenstabelle für fahrzeuge und die hatten weniger lebenspunkte deutlich weniger als jetzt aber konnten wenn man das geschafft hat ein volltreffer und nicht ein streifschuss zu machen konnte man die im beim ersten mal in die luft jagen sag ich mal nicht und prinzipiell hatte zwei ich glaube ein landrader hatte drei lebenspunkte und mit dem haywire konnte meine kaputt streifen das heißt wenn du drei schaden drauf gemacht hast drei streifschüsse dann war der kaputt dann war der aus dem spiel raus regeltechnisch lieb aber immer als als sich blocker da stehen und wie gesagt dass das war früher immer auf der 4 plus das war dieser streifschuss und das ding haben die jetzt halt für so alte säcke wie mich wieder mit reingenommen auf einer 4 plus machen haywire waffen wieder was das ist schon eine ganz lustige kiste aber wie gesagt ansonsten die s um 1 nach oben hin schaden enorm nach oben hin gezogen das ist schon eine ziemlich ziemlich fesche kiste dann hast du als nächstes hier die twin kogniz las kennen und auch die ist ja deutlich cooler geworden und zwar volle möhre also das ist ich finde das wie gesagt diese zum beispiel dieses profil das zeigt für mich den großen unterschied zwischen au du hast einen alten kodex viel spaß beim verlieren au du hast neuen kodex zack jetzt lass mal gehen also ich sag mal der less kennen ist ne less kennen laser kanone hat jeder mein landrader hat eine laser kanone alles mögliche hat eine laser kanone die twin kogniz laser kanone hat vorher quasi das ding auf diesen diesen reittieren als regel gab das wenn wenn er gerannt bist dann durfte es da quasi wie bei einer nicht schnell vorher sondern wie bei einer halt wie man das hold da komme ich immer ein bisschen im englischen und im deutschen durcheinander entschuldigt das bitte aber konntest du quasi noch schießen so wie es oben steht aber musste zwei davon abziehen das war das schöne darin so naja ansonsten stärke 9 ds3 d6 damage wie man das von alaska kennt die laska jetzt von denen hat stärke 9 ds3 d3 plus drei damage und wer den letzten battle report gesehen hat mit motorions abgenert im profil dass der auch nicht mehr d6 mit seinem entweidenden heat macht sondern 3 plus d3 das ist einfach so ein enormer buff das ist so krass und das ganze mit einer assault weapon da das heißt du hast immer noch 48 zoll mit dieser laska hast hast ein deutlich verbessertes schaden profil und wenn du jetzt mit der waffe rennst dann musst du noch eins von deinem trefferwurf abziehen und nicht wie vorher mit heavy 2 ähm und dieser extra regel nicht mehr zwei also das ist auch schon wieder so oder ist auch so ein ding da wird das er mich sicherlich deutlich deutlich besser mit den neuen kodizis mithalten ähm ein land trader wird das ding dadurch natürlich dann komplett zersägen oder auch ein imperial knight muss man ja auch sagen also beim motorion habe das gesehen beim imperial knight nimmst du das ding und nimmst da ein paar von mit tipp 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 machst du den imperial knight schön schön dreckig und weg vom feld ähm da fällt er schon mal ganz schnell weil einfach der schaden finde ich so enorm nach oben geht im durchschnitt machst du ja dann mit der schadenstabelle machst du im durchschnitt fünf schaden anstelle von 3,5 sind es glaube ich mit einem d6 das ist schon eine ganze ganze menge die man da im grunde genommen mehr raushaut ähm dann last but not least hat man dann hier einmal ein profil logischerweise geht der flammenwerfer von 8 auf 12 zoll hoch ähm das müssten eigentlich die planierraupen sein wenn ich es richtig im kopf habe ähm nur haben die mit ihrem äh kogis flamer jetzt nicht d6 sondern d6 plus 2 schuss was schon mal eine sehr sehr coole kiste ist finde ich auch besser als die äh fähigkeit dass äh dass die im äh abwehrfeuer zwei würfel schmeißen und den höheren nehmen auch da du hast du startest quasi mit wenn es schlecht läuft mit dem was vorher dein durchschnittlicher schuss oder deine durchschnittliche schussanzahl war naja und hast auch da du hast du hast fünf und kannst bis zu acht schuss nehmen das ist schon sehr 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 großartig ähm dann ist der heavy stubber von schwer 3 auf assault 4 hochgegangen auch da ne dies mech scheint wieder deutlich oder scheint deutlich deutlich mobiler zu sein denn alles was vorher heavy war wurde jetzt assault und äh also diese diese kognis regel sorgt jetzt dafür dass die waffen mit denen man vorher alle assault werden und das ist dann natürlich ein ding dadurch wird es mich viel mobiler und kann sich gleichzeitig ja großartig leisten dass deine standard einheiten nämlich die ähm die ganz normalen ranger dass die das stehen mit 30 zoll und nur heavy haben nur in anführungsstrichen weil stehen halt hinten auf 30 zoll auf drei missions hier und macht haben höheren ds von anfang an beziehungsweise haben der ds zoom sich vor auf einer 6 plus beim verwunden sich erwürfel mussten haben immer einen schuss mehr also dass ich sag mal meine mann man kann ohne dass man den kodex in den händen hält sonst so ein bisschen glaube ich jetzt schon so so idee entwickeln wie man so alleine von den Waffenprofilen her sich dein erstes Spielchen mal vorstellt, oder? Also, Line Infantry steht hinten und dicke Planierraum, beziehungsweise dickere Mopeds gehen dann nach vorne. Ich bin sehr gespannt, was die Electro-Priests machen, weil die ja schon mit ihrem zuerst 5er-Retter, mach ich was im Nahkampfplatz, 3er-Retter im allen Kodex schon ziemlich, ziemlich stark waren. Ob die sich dann wenig ändern? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die in dem, was sie können, zurückgerudert werden, denn das würde gegen die aktuelle Kodex-Struktur als solche, wie die dann neu aufgestellt werden und auch das, was gespoilt wurde, da würde es ja einfach stumpf gegen sprechen. Und was sie dann daraus machen, ob sie dann noch ein kleines Häufchen oben drauflegen oder ob sie einfach die Regeln dann nochmal umändern. Ich kann es dir leider nicht genau sagen, Mr. Hallodri, wann der Kodex rauskommt, aber wenn die Spoiler schon so konkret sind, dann ist es ja in der Regel nicht mehr allzu weit weg. Und wir haben jetzt Mitte April. Ich würde einfach mal stumpf, weil die letzten Releases, ich sag mal, nahezu sauber über die Bühne gelaufen sind, würde ich davon ausgehen, dass im Sommer die dritte Edition von H.O. Sigma kommt. Da muss man sich nichts vormachen. Die Broken Realms-Bücher die fallen eins nach dem anderen und vorher wird man sicherlich das App nicht haben wollen. Insofern, wenn jetzt, ich sag mal, der Ende Mai oder Juni für H.O. Sigma Edition 3 groß, ich sag mal, in den Fokus genommen werden oder dieses Release, dann wird es halt vorher kommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats das Ding sehen. Vor allem jetzt am Wochenende sind ja die, ich sag mal, die Specialist-Systeme dran gewesen, die jetzt am Samstag ihr Release haben. Davor war ein großes Specialist-Release am Start und ja, und da macht es ja Sinn, dass dann so ein Teil kommt, denn der nächste Age of Sigmar-Spoiler, den gucken wir uns ja gleich schon an. A Song of Ice and Fire steht oben nicht mehr, kommt da bald was? Ja, also sehr gut, Windhund. Absolut, Adlerauge, sei wachsam. Ja, die Regeln, die werden gerade schon mal wieder rein, pardon, werden gerade schon mal wieder reingeschaufelt. Der Teil, der halt noch so ein bisschen in der Waagschall ist, ist bei Brettspielen, da bin ich immer sehr, sehr im Grün damit, mit den normalen Plastikfiguren zu spielen. Und neue Systeme, gerade aktuell viele neue Systeme auszutesten, da habe ich sehr viel Lust drauf. Aber das würde On-Cam bedeuten, dass wir bei diesem Austesten wirklich in Form von, wir lernen das Spiel kennen von, wir, ich sage mal, wir spielen die ersten Spiele, lernen das Regelwerk und machen in dem Teil dann auch den Bemalprozess durch. Würde bedeuten, dass wir mit den Spielen unbemalt starten würden. Das ist beim Epic von Warlord Games so, das ist bei Song of Ice and Fire so, das ist sicherlich bei den Teilen von Saga, wäre das dann auch so. Und da ist halt die Frage logischerweise, vor allem auch an euch als Community, wäre das für euch denkbar oder wäre das für euch ein No-Go? Oder wäre das vielleicht sogar total attraktiv einfach zu gucken, wie geht ihr zum Beispiel an ein neues System ran? Also wenn ihr jetzt sagt, ich habe Lust auf ein Tabletop-System, auf ein neues, um mir das anzuschauen, holt ihr euch dann zuerst eine Armee, bemalt die komplett und geht dann an die Regeln und macht dann euer erstes Spiel? Oder macht ihr das eventuell so wie ich? Also ich spiele immer erst mal eine Runde und fange dann irgendwie mal an zu zu bemalen, weil für mich oft der Fokus doch auf dem Spiel auch ist und nicht auf dem Bemalen. Und ich kenne aber auch andere, die spielen wenig bis sogar gar nicht und bemalen lieber mehr. Und mich würde natürlich interessieren, wenn wir das hier auf dem Kanal bringen, einfach losgelöst von dem, wie ich an so ein Ding drangehe, was wäre für euch denn so der Weg, wo ihr sagt, da hätte ich mal Bock drauf, vielleicht aus der Packung heraus, was bekomme ich in der Packung, wenn ich da nicht viele Stunden reinsetze und wie kann ich damit spielen? Wäre das der interessante Teil oder erst wenn alles super schick ist und man dann auch diesen, ja ich sag mal, dieses optische Highlight mit dabei hat, sofern denn dann die Sachen schön bemalt sind. Aber ja, die Regeln davon, die sind jetzt gerade genauso auf dem Tisch wie zusammen mit dem, dass wir schauen, was können wir eventuell an Gelände auch bei uns produzieren, was zum Beispiel auch zu einem Rank-and-File-System halt passt, was man auch damit benutzen kann. So, das dazu. Huschen wir mal hier weiter rüber und zwar kommen wir zu einem Alternativ-Designer für Warhammer 40.000 oder ähnliche Science-Fiction-Systeme, nämlich zu Garmac und Garmac hat die, ja ich sag mal, das Release für April, der, die, die Releasen ja von Garmac nicht am ersten des Monats, sondern immer während des Monats und aktuell, ich glaube, er macht das auch ziemlich alleine, hat er mächtig Plagerei mit seiner Schulter, das schreibt er zumindest immer da bei Patreon, da wo auch wir dann unseren Händler-Pledge quasi haben, weswegen sich das immer ein bisschen dann verzögert, aber er zeigt auf jeden Fall schon immer schön, was kommt diesen Monat raus und wir sind beim zweiten Monat der Aspektkrieger und ich finde die mal wieder einfach grandios und total Granate, ich freue mich total, wann die rauskommen. Die ersten haben sich auch schon die, die ersten Figuren gegönnt und also ich sag mal, ich ziehe immer häufig mal hier und da so ein paar Miniaturen einfach, weil ich die selber schick finde und weil ich die ausdrucken möchte. Die zum Beispiel, die kann man, finde ich, finde ich ideal als, na, wie heißen sie denn jetzt hier? Ich komme nicht drauf. Als, als Alternative zu den, zu den Forgeworld-Damen oder Dings nehmen. Ah, wer heißen sie denn von den neuen Craftworlds? Phantome? Wann ist die Phantome? Ich schaue mal gerade parallel nach oder hat jemand von euch schon direkt klar, welche das sind? Song of Ice and Fire ist ein super Spiel. Ich habe es auch erst gespielt und normal ich es nebenbei auch hat. Ah ja, guck, also wie gesagt, ich richte mich da als Shadow Spectre, genau, die Shadow Spectre. Wer die Shadow Spectre nicht kennt, wir hatten die mal auf dem Kanal von Mirko, allerdings hat der die in der achten Edition gespielt. da waren die ziemlich cool und ich finde die Alternative hier vorne von Gamak sieht halt einfach super gut aus. Die gehen auf jeden Fall mal richtig fresh. Ich bin immer sehr überrascht, wie groß die dann auch teilweise sind, da die ja im 40k Universum grundsätzlich eher auf einer 25mm Base stehen. Dementsprechend liefern wir die euch auch mit einer 25mm Base aus. Wenn ihr sagt, ihr spielt zu Hause sowieso eher für wir haben alle Spaß miteinander und ich finde das schicker, ich hätte da lieber 32mm Base bei, dann schreibt uns das einfach mit in die Bestellung rein. Ob wir euch da jetzt die 25mm Base beigeben oder die anderen, ist uns total Wumpe und da sollt ihr auf jeden Fall das nehmen, wo ihr mehr Bock mit habt. Ich würde die rein von dem, wie die anschließend stehen, immer eher auf 32mm Base sitzen, weil die sehen einfach mal groß und oder größer und echt beeindruckend aus. Ich finde, die sehen total cool aus. Ich überlege gerade, die könnte man auch als dunkle kein Dare nehmen. Das ist auf jeden Fall da, das neue Release und April, sobald die da sind, gibt es ein Facebook Posting. Finde ich auf jeden Fall sehr cool und ich bin sehr gespannt, denn in einem Spoiler hat er ja gezeigt, dass er gerade auch neue Jetbikes macht, denn die Shining Spears zum Beispiel, die fehlen noch und als Craftwords-Spieler, ich weiß, ich habe mich lange Zeit gewährt und gegen Zäpfchenhelme gewährt hat, fand ich immer so diese Fein-Cast-Dinger knapp vor gut. Vor allem die Warp-Spiders, die fand ich immer sehr und die Scorpions und meine Shining Spears haben eher so, weiß ich nicht, die sehen ja mal aus, als hätten sie, als müssten sie mal Viagra einschmeißen, damit das Pinneken steht. Das habe ich nicht gesagt, wir haben, wie spät haben wir es? Nach 9 Uhr darf der alte Mann sowas sagen? Ich hoffe es. Auf jeden Fall, da hängt alles bei meinen Shining Spears, das ist nicht gut und wenn du daran rumbügelst, das ist auch nicht so gut. Also die kriegst du auf jeden Fall nicht so hin, wie sie eigentlich sein sollten. Nun denn, huschen wir mal einmal rüber, würde ich sagen, und zwar zu einem Release, das sowohl für 40k als auch für HF Sigma ist. Machen wir erstmal da weiter. Zumindest ansatzweise. Und zwar Bellacore kommt. Ja, ich habe auch schon den Preis davon und ich habe auch schon ein paar Vermutungen im Internet gelesen, wo denn der wohl so liegt und also ein paar haben auf jeden Fall richtig geraten. Ich meine gut, da muss man sich nichts vormachen. Wenn man sich Bellacore anschaut, ah ne, genau, das kleine Bild hatte ich gerade mal nicht mit dabei, aber wenn man sich anschaut, wie groß ist so der Primaris oder da der Chaoskrieger am Start, dann ist klar, dass man den, dass der wahrscheinlich nicht 80, 90 Euro als Listenpreis haben wird. Vor allem bei den riesen Flügeln mit dabei. Nach wie vor finde ich Bellacore ein sehr beeindruckendes Modell. Ob der jetzt so viel anders ausschaut als andere in der Größe von Games Workshop, muss halt jeder selber schauen. Ich finde es nach wie vor lustig. Ich würde den so unfassbar gerne mal fliegen sehen mit dem ganzen Jehänge, was er da so in seinen Flügeln eiern hat. Vor allem mit den ganzen Widerhaken. Wenn der mal über einen Baum drüber hinweg fliegt, dann wird das schon eine ganz krasse Kiste. Macht's hier. Ja, auf jeden Fall kommt Bellacore nicht alleine, sondern er kommt, ich sagte es vorhin schon, mit mehr Broken Realms Büchern. Und so wird auch Bellacore mit einem Broken Realms Buch kommen und damit dann das dritte Broken Realms Buch. und zwar innerhalb sehr kurzer Zeit wird es kommen. Denn Techless ist gerade jetzt zum Wochenende rausgekommen. Bellacore ist ab Samstag in der Vorbestimmung, das heißt knapp drei Wochen sind zwischen den Büchern, während das dann darauffolgende Broken Realms Buch ja auch quasi schon in den Startlöchern steht. Fühle ich mich so ein bisschen an die an diese Endschleife der achten Edition vom Warhammer 40k und im Psychic Awakening Releases erinnert. Denn da gab es ja zumindest Corona bedingt auch eine Zeit lang eine Verzögerung, was die Releases da anging. Und zum Schluss, kurz vor der neuen Edition von Warhammer 40k wurde da richtig zünftig Gas gegeben. Und bei Broken Realms scheint es ja auch so zu sein, denn Bellacore geht Samstag in die Vorbestellung und Broken Realms 4 ist jetzt gerade schon hart angeteasert worden. und wird dementsprechend dann auch nicht mehr ganz so lange brauchen. die Bücher also nein, ich bekam nicht als Händler schon irgendwie große Informationen darüber, sondern das ist einfach als Spieler weiß man es mittlerweile, kommen so Bücher, dann kommt in der Mitte des Jahres die neue Edition und auch vom Zeitlichen her macht das durchaus Sinn, dass jetzt nach, ich meine nach knapp drei Jahren sind es, meine ich, dass da einfach die neue Edition Age of Sigma kommt, nächstes Jahr wird es dann wahrscheinlich wieder irgendein Specialist System, danach das Jahr wird dann die 10. Edition von Warmer 40k kommen, das ist ja im Moment so der Tonus, der da ist, drei Jahre hat in der Regel so eine Edition Zeit um zu atmen, damit alle mal irgendwie dann da ihre Bücher bekommen haben und dann wird das Regelsystem dann wieder neu überarbeitet. Aber da Belacore kommt raus und auch das ist wenig überraschend wie das die neue Edition von Age of Sigma in Startlös steht. Ein Belacore beziehungsweise ein Broken Realms Buch kommt nicht mit einer oder nicht nur mit einer großen nabensgebenden Miniatur sondern auch mit anderem Zeug. Einmal kurz noch in den Chat gelinst, der Torben fragt, ob die sich von der Geschichte her lohnt. Wenn du auf Age of Sigma Lore stehst, auf die Hintergrundgeschichte, auf die Entwicklung der Geschichte, dann ganz klar, aber dann finde ich, dann lohnen sich in Anführungsstrichen immer diese Übergangsbücher, denn da ist Games Workshop finde ich bei 40k zu über gegangen, was sie bei Age of Sigma finde ich schon sehr gut gemacht haben. Die einzelnen Editionen sind nicht in Anführungsstrichen nur ein Regelzyklus. Also sind ja nicht mehr nur das auch guck mal wir haben ein neues Regelsetting und ab dafür. Sondern Games Workshop finde ich verpackt es rundherum, weil sie glaube ich da mitbekommen haben, viele spielen es vor allem auch, weil sie grundsätzlich auf dem Fluff stehen oder allgemein auf dieses Hintergrunduniversum. Games Workshop verpackt das Ganze in Geschichten. Haben sie sich logischerweise genauso wie das permanente PDF-Gepatche sicherlich auch von ein paar Online-Rollenspielen quasi abgeguckt, denn wenn man zum Beispiel sich dann was weiß ich nehmen wir mal World of Warcraft anschaut, dann ist sie auch so, dann ist eine Erweiterung, also quasi ein Regel-Add-on immer einhergegangen mit einem neuen Areal, was man bereisen konnte, mit einer neuen Hintergrundgeschichte, die dann da gerade im Fokus war und die den Rest der Welt quasi mitgenommen hat in diesen neuen Geschichten-Plot rein. Und wenn dann wieder eine Erweiterung kam, wieder eine Weiterentwicklung kam, dann kam der nächste Teil, dann kam wieder eine Geschichte, die darauf aufbaute und so weiter und so fort. Und so macht Games Workshop das auch. Und wenn du, ich sag mal, daran interessiert bist, wie dieser Übergang läuft, denn das machten die ja genauso gerne, die sorgen dafür, dass prinzipiell Sachen, die in der vorherigen Edition in der Lore teilweise ganz undenkbar waren, dass du die in so einem Bücherzyklus, wie jetzt Broken Realms oder Psychic Awakening, dass du da einfach Zeug reinmachen und damit, ich sag mal, in Form eines Cliffhangers die alte Edition verlassen und in die neue reinstarren und dann erst mal mit einem riesen Rums da quasi starten wollen. Sei es die große Pyramide, sei es das Zerstören der Welt vom Fantasy oder, oder, oder. Das machen sie gerne. Und wenn du das haben möchtest, ja, dann lohnt es sich, wenn du den, ich sag mal, den inhaltlichen Teil spannend findest, wenn du den gerne lesen möchtest und wenn du da Sammler bist. Wenn du jetzt, glaube ich, die Bücher holst, in der Hoffnung, du bekommst für die 37,50, die ein Broken Realms Buch kostet, das gleiche an, 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 Literaturgegenwert, dann wirst du sicherlich komplett enttäuscht werden, ähm, 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 weil das, das auch sicherlich nicht der Anspruch von dem Produkt, sondern das, so ein Broken Realms Buch ist, ne, ähm, also da, da ist sicherlich in den normalen, äh, Black Library, äh, Dingern, normalen Black Library Büchern für, äh, für die Hälfte oder noch deutlich weniger an, an Geld, sicherlich deutlich mehr an Geschichte dabei, denn die Broken Realms bringen ja immer noch die Regeln mit dabei und, und ein paar Battle Plans und, äh, sicherlich, äh, das Ding, dass es ein limitiertes, äh, Sammlerstuck ist, wenn du es dann haben möchtest, ähm, also, ob es sich für dich lohnt, wirst du am besten, glaube ich dann, oder wir dir da von euch selber für sich am besten selber dann, äh, beurteilen können, vom, vom Reihen, wenn man nur vergleichen würde, Anzahl der geschriebenen Wörter einer Geschichte, äh, Summe an Geld, die dahinter steckt, dann wohl kaum, ähm, ähm, aber das ist, glaube ich, auch bei vielen Hobbys nicht direkt das Maß der Dinge, dass, äh, dass das so runtergebrochen wird. Ich weiß, bei manchen Klemmbausteinen, da, äh, hat man immer das Gefühl, nicht, da wird nur gezählt, wie viel ist der einzelne Klemmbaustein in so einem Set dann wert, das, äh, das bekomme ich an der anderen Kante gerade enorm teilweise mit, ähm, und dann gibt es wieder andere, die sagen, ach, guck mal, ich kann mir aus irgendwas ein schönes Teil bauen und da sitzt dann, äh, da ein anderer Teil halt Emotion dahinter und das ist, glaube ich, bei allen Hobbys so. Das ist, äh, vor allem auch beim Tabletop Hobby dabei, denn auch da muss man sich nichts vormachen. So ein Belacore oder, oder ein Taglist oder, was weiß ich, Alariel oder so, also diese großen, richtig großen und richtig teuren Sets vor allem, die haben nicht den Preis dran stehen, weil das Plastik in dieser Box jetzt vorher vergoldet war, sondern die haben den Preis dran stehen, weil da, ah, das große Ding nicht so häufig brauchst, dementsprechend die Produktkosten als solche höher sind und weil das Ding optisch total schick aussieht, der Designer vielleicht auch etwas länger brauchte und weil vor allem, man weiß, der Kunde holt es nur einmal und als Centerpiece bezahlt man auch mehr dafür. Das heißt, ähm, da sitzen Emotionen dahinter, die man einfach immer mitbezahlt, in jedem Hobby mitbezahlt und, äh, ich glaube, wenn man, äh, wenn man roboterhaft, äh, sagt, ich finde es eigenartig und sieht es nicht an, dass ich Emotionen mitbezahle, dann, dann, dann hat man es, glaube ich, in den Hobbys schwierig, weil ich glaube, alle Hobbys genau diese Emotionen sich mitbezahlen lassen. Und das, um mal diesen Exkurs an der Stelle dann zu beenden, haben natürlich Broken Realms Bücher par excellence, nicht? Das hatte Morathi schon, das hat Techless jetzt, dass wir Belacore haben. Die Anzahl der Seiten ist nicht groß, äh, man bekommt, äh, quasi, äh, äh, wenn man es verfilmen würde, eine 30 Minuten Netflix-Serie mit dabei, die dann irgendwann in, äh, in die neue Staffel anschließend mündet und, äh, dann musst du für dich halt schauen, habe ich da Bock drauf oder, ähm, gucke ich mir irgendwann die Zusammenfassung als solche mal an? Ähm, denn das, was Games Workshop nicht macht und das ist vielleicht dann, dann wichtig, wenn man sagt, äh, Zähne knirschen, nehme ich es mir trotzdem, ähm, Games Workshop bringt in der Regel zur neuen Edition ein Buch raus, äh, bei dem die Geschichte ab Start des neuen Starter-Sets, ähm, erzählt wird, das war bei Soul Wars so, das war bei der Indomitus-Box so, das, was sie nicht machen, ist, den Teil vorher ebenfalls in einem Buch zusammenfassen. Das heißt, alles das, was jetzt in Broken Realms an Geschichte passiert, das, äh, das wird sicherlich in dem neuen Buch kurz angerissen, so, ach ja, guck, denn vorher war XY, ich sag mal, so viel habt ihr mitbekommen, das spoilere ich nicht viel, guck, da war Muratheon und die wollte gerne Göttin werden und dann kam, ähm, aber, aber die Geschichte wird nicht mehr nachher sein. So, gut, das war, das war lang, machen wir aber Bella Kor mal weiter, da sind wir, denn zu dem Buch, ne, auch das ist, äh, ist normal, kommen auch immer noch weitere Püppchen und Männchen raus. Die beiden Nasen, die wurden ja schon von, ähm, Games Workshop gezeigt und, äh, gespoilert, die werden in dem ganzen Tovor, Buhu, mit rauskommen und, so wie sich das mittlerweile für eine Broken Rims, äh, Release Party gehört, werden auch wieder Armeeboxen rauskommen und diese Box zum Beispiel finde ich für Szenenspieler mehr als löblich, nötig und vollkommen sinnvoll, denn, ähm, ähm, ich finde, finde vorne, die Chariot, die ist geil bemalt, die gefällt mir echt gut, richtig schön bunt, ähm, aber diese, diese Mischung aus Pink, Blue, Brimstone, Horrors, ähm, normalerweise brauchst du ja zwei Packungen für und zumindest, wenn ich so, so auch vor Ort dann teilweise, ähm, die, die Szenenspieler da Revue passieren lasse, dann kann ich das schon nachvollziehen, manchmal fällt es einem dann doch schwer zu der Packung, äh, Pink, Horrors, jetzt nochmal Blue und Brimstone, Horrors und Gott weiß was immer mit dazu zu holen, du hast quasi eine Armee, hattest immer deine Pink Horrors dabei, dann kommt Games Workshop auf die Idee, hol doch nochmal das gleiche, äh, was du an Armee hast in, in Blauen und Brimstones, da, da kann man sich schon mal quer stellen, aber diese Box ist, deswegen finde ich gerade so attraktiv, weil da hat man das Problem nicht, sondern da hast du direkt komplett alles, was du zum Beschwören brauchst, hast einen schönen Helden mit dabei und, ähm, gerade auch diese Chariot, finde ich, die kann man erstklassig, äh, umbasteln, so dass man quasi die Scheibe da oben, äh, also habe ich bei meinen Algen gemacht, die Scheibe habe ich oben magnetisiert, ähm, und, äh, dann kann man den einmal als Herald auf einer Disc spielen oder, und dann die Chariot halt so fahren lassen oder andersrum. Ja klar, grundsätzlich brauchst du, ähm, brauchst du eigentlich zweimal die Blue Horrors, wenn du wirklich alles machen möchtest. Aber es ist schon mal ein guter Start. Die Box ist der reinste Horror, ja, 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 definitiv. It's, äh, The Laughing Death, The Laughing Death Horror. Oh, oh, ich höre auf mit meinem Englisch und drücke auf die nächste. Ähm, auch das ist eine äußerst, äh, äh, coole Box, ähm, denn bei der Box hat man mal wieder ein paar, ähm, Mail Order Sachen mit dabei, die man dann im Handel halt zu normalen Handelskonditionen bekommen kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Da muss ich allerdings, äh, passen, denn ich bin bei den Seraphonen seit dem ersten Battletome, das hatte ich noch, selber bin ich da raus. Ich weiß nicht, ob, ähm, zweimal das, äh, Stegadon und einmal, äh, die Engine hinten, äh, äh, ne, gar nicht, vorne ist die Engine, ne, und einmal das Bastilladon, genau, zweimal Stegadon und einmal Bastilladestone, ob das in der Form Sinn macht, äh, noch aktuell von, von den Regeln her, ähm, was, was halt man dazu sagen muss, ist, es ist eine coole Box, ähm, man, man spart auch an dem Preis sicherlich einiges, aber wenn ich mir überlege, dass diese Kombination zusammen mit deutlich mehr Seraphon für nicht sehr viel mehr Euro mal in einer Weihnachtsbox vor nicht allzu langer Zeit war, dann ist das Ding doch ein bisschen preislich über dem, was man sonst mit dabei hat, ähm, ähm, aber zudem gibt es auch noch, äh, äh, was, äh, was anderes, das, äh, da haben wir auch was, nicht, dass ich prinzipiell sogar schicker finde, so, hier, die hier, tja, Geister, Nighthound kann man immer mal holen, ich könnte mir bei dem, oder ich denke bei dem Ding, wenn ich mir das anschaue, ne, dann habe ich da die Lady Olinda drin, das ist eine super Heldin, die hat übrigens, äh, genau die Maße, die, äh, Helden unten auf der Base haben müssen für Saga, dann habe ich da oben, ähm, dann, äh, achtmal, äh, die, äh, wer ist denn da, äh, ich glaube, sind das oben die Murnmoren Benchies, oder sind das unten die Murnmoren Benchies, auf jeden Fall habe ich oben acht, die kann ich als zwei Vierer Blobs super als Elite Krieger bei, bei Saga spielen, und unten, äh, da wird dann eine, ähm, also oben, die, die acht Stück, oben sind die Murnmoren Benchies, ja, genau, und unten, ich weiß gar nicht, wie sie unten heißen, aber die unten, da nimmst du acht Stück von, die sind da ein Krieger, und dann habe ich immer noch einen Punkt, da muss ich mal schauen, da kriege ich, kriege ich mal noch was anderes, aber da habe ich, mit dem Ding hat man quasi ein, äh, fast einen Vier-Punkte-Starter, bei, ähm, bei Saga, kostet natürlich nicht so wenig, wie, wie, wie ein Saga-Starter, der 25 Euro kostet, aber wenn man diese Miniaturen haben möchte, für Ära der Magie, ist man da schon echt gut bedient, und, ähm, ich glaube, die Nasen unten, da gibt es sicherlich auch vom Bestiarium oder so, und nochmal schönes, was man da als Add-On mit dabei packen kann, dass man da unten zwei Achter-Trupps raushaben kann, dann hat man seine Vier-Punkte-Am-Start, und dann geht da schon einiges. Also das ist auf jeden Fall eine ziemlich, ziemlich coole Kiste. So, last but not least kommen die Caradron Overlords, Dreads Scythe Heridians, dank dir, Torben. Ähm, ja, mit einer halben Weihnachtsbox, die Heiler, genau, die Heiler mit den, äh, mit den Scherenhänden. Ähm, ja, das hier ist die halbe Weihnachtsbox, wenn ihr die als Weihnachtsbox noch haben wollt, die haben wir auch noch im Laden stehen, ähm, jetzt ist das doof, ich darf ja, ich darf ja nie erzählen, was, was kostet jetzt hier, wo und wie viel und warum denn überhaupt. Ähm, aber bei dem Ding ist halt auch so, äh, da bin ich am hin und her überlegen, ich weiß nicht, ob man da besser die normale Box nehmen kann, die Weihnachtsbox. Immer, immer grundsätzlich, auf jeden Fall. ja, ja, bei dem Ding, ich finde halt an dem Boxen immer ein bisschen schwierig, ähm, überraschend, bei denen hier fällt es für mich nicht so ins Gewicht, aber wenn da der Name-Character drin ist, und, äh, da ist überhaupt gar nicht, da ist der normale Typ drin, ne? Unfassbar. Also jetzt, ihr Lieben, jetzt will ich doch einmal gucken, bevor ich da jetzt, äh, rummopper und, ähm, und das vollkommen, vollkommen, äh, ungerechtfertigt ist, das will ja keiner, also da, hier, nur mal schauen, ihr, äh, ja, einmal in die Händlerliste Linsen hier, dann weiß ich nämlich da Bescheid. In der Zwischenzeit, äh, würde ich euch auf jeden Fall anraten, ganz dringend hier. Coffee, 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 da macht man alles mit richtig. Immer und grundsätzlich. So, wer ist denn das da? Celestial Terror, Stampede ist es nicht? Ach, die Ether Runner, da sind sie ja. Ach, das ist okay. Die Blazing, Kavelcate ist auch okay. Sorrowmourne Choir, ist auch okay. Ui, die Charakter, die hauen natürlich wieder rein. So, ähm, das ist aber gemein, ne? Nein, also mehr darf ich, oder ich, ich sag da nichts. Die sind auf jeden Fall durch. Trinkst du auch wieder Kaffee oder braunes, entkoffiniertes Wasser? Ich trinke braunes, entkoffiniertes Wasser. Ich bin alt. Allerdings, äh, habe ich mir das jetzt, äh, in, in teuer geholt und, und es schmeckt. Überraschend gut. Ist halt nicht der Kaffee, den ich sonst die ganze Zeit rum, rum, pratzel hier. Aber, ja, wenn ich demnächst mal irgendwann in Luxus komme, mehr als fünf Stunden pro Nacht zu schlafen, dann kann ich mir, äh, so habe ich gehört, äh, auch, auch wieder, äh, Kaffee am Abend erlauben. Im Moment geht das leider nicht. Mh, mh, nee, nee, nee. So, ihr Lieben, dann huschen wir auch mal wieder rüber, Dorn. Aber da haben wir es alle. Bellacore ist durch. Das ist doch schon was. Ähm, dann, äh, würde ich doch mal sagen, dann, dann, äh, starten wir jetzt mit einem Ding. Da möchte ich euch jetzt etwas zeigen. Ähm, wir haben eine neue Lizenz. Wenn ihr bei Discord mit dabei seid, dann werdet ihr es sicherlich schon mitbekommen haben. Wir haben eine neue Lizenz und diese neue Lizenz, die hat mich, also ich habe das Ding gesehen auf einem Bild, denn wenn man, äh, wenn man, wenn man, ähm, wahrscheinlich auch bei jedem von euch, äh, wenn ihr selber einen 3D-Drucker habt und schon mal irgendwo, ähm, euch, äh, bei einem, bei einem Patreon da eingeschrieben habt, dass, dass, dass ihr da die Sachen irgendwie bekommt oder ähnliches, dann wird nur Werbung zugeballert. Und, vieles muss man aussieben, weil, das einfach okay ist, aber, mich nicht so richtig flasht, aber, bei einem nächsten Designer, da, da ist zuerst, also hier vorne, ne, da, da ist es so runtergelaufen, und dann da, dann ist es schwallartig, ist der Sabber aus meinem Mund rausgelaufen und dann, bin ich wäschgeschwommen. jetzt habe ich aber auch mal Erwartungen geweckt, Mann, 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 war, so, wir haben, äh, Emphirion, äh, Emphirion heißt, äh, äh, der Laden, ähm, beziehungsweise seiner, im Angebot und die Minis, äh, finde ich einfach, wirklich einfach komplett Granate, komplett. ähm, äh, die, äh, die Hauptinspiration ist glaube ich sehr klar, und zwar sind es die Miniaturen nicht von Games Workshop, sondern die Miniaturen von Forge World, wenn es um Horace Heresy geht, nichtsdestotrotz kann man natürlich auch gerade diese Modelle wunderbar alle noch bei 40k mitnutzen, aber man hat auch viele Optionen für Horace Heresy und kann es für beide Sachen nehmen. Ähm, gleichzeitig haben die alle ihren eigenen Touch und ich finde die einfach Monster, Monster gut und wir starten mal mit dem Meister hier vorne und das Ding ist, ähm, ja, ich sag mal so knapp auf der Größe eines Imperial Knights, knapp drüber. Ähm, ich bekam heute schon die Frage, ähm, wie groß ist denn der? Ihr habt da nur XX Zentimeter stehen. Liegt einfach daran, dass, äh, ja, passend zu dem Design ist, äh, ist, äh, quasi am Wochenende, äh, sind, 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 sind mir zwei von den, von den Resinendruckern abgerauscht. Das ist scheiße, das ist überhaupt gar nicht gut und, äh, allerdings, äh, kommen, kommen am Morgen, morgen kommt ein Neuer, übermorgen kommt der nächstes Neuer und dann läuft das auch wieder. Ähm, das ist, äh, ja, da weiß ich jetzt auch, warum manche Geräte anfänglich mal, als Hobbygerät, äh, da von denen, die wir am Anfang da hatten, deklariert wurden, ne? Betreibst du im Monat, dann ist halt den komplett dörr. Ähm, doof gelaufen, aber jetzt, äh, können wir den drucken, denn ich möchte ihn logischerweise auch haben. Und der ist richtig schick. Der ist richtig schick. Ähm, nur ich weiß halt noch nicht, weil ich den noch nicht selber hergestellt habe, wie groß der ist. Äh, genau. Also, ne? Äh, ich meine, der wäre knapp größer als ein Imperial Knight. Der Imperial Knight ist ungefähr bis zur Schultergröße, der geht minimal oben drüber. Und die haben, äh, bei, ähm, bei, bei Forgeworld auch Knights in der Größe. Und zwar, wenn ihr da bei den Quest Taurus Knights da mal, äh, schaut, das sind dann, äh, die heißen dann Mechanicum Combine, äh, Knight Com, äh, Mechanicum Knights heißen die Dinger. So ist richtig. Mein Gott. Und, äh, die zählen quasi mit zur Fraktion der Imperial Knights allerdings mit dazu. Also, die, die Grundbasis, äh, des Sklets ist Imperial Knight. Dementsprechend kann man den auch super, ähm, als Imperial Knight, äh, dann, dann zocken. Ähm, dadurch, dass es ein Stück höher ist, kann man den aber natürlich auch als einen von den Großen nehmen. Zumal der da auf diesem Bild den Riesenflamer an der einen Seite hat und an der anderen Seite eine Harpune. Wenn die Harpune nämlich holt, dann, äh, die ist zweimal dann mit dabei. Nämlich einmal in dem Zustand, den ihr jetzt seht, einmal in so einem halb abgeschossenen. Und, ähm, man kann oder ihr könnt, wenn, wenn ihr euch den ordert, hier seht ihr einmal dann das, das Riesen-Standardrohr auf der rechten Seite, auf der linken Seite, eine Riesen-Plasma-Kniffte. Ähm, einfach zwei Waffen mit dabei aussuchen. Der kommt, äh, wenn ihr den holt, auf einer ganz normalen Imperial Knights Base und liegt, also der Buddy alleine liegt bei 50 Euro und jede Waffe bei 12. Das heißt, für 74 Euro habt ihr diesen, äh, Monastrus oder so ähnlich heißt der, Monastrus, äh, Monastrus Knight müsste das sein. Warte, ich schau mal eben nach. Der Name ist logischerweise sehr abgespaced. Ähm, das ist der Monastrus Knight Odysseax. So, phonetisch einfach, das kriegst du, das geht von den Lippen wie warme Milch. Nee, tut's nicht. Ja, aber, äh, 74 Flocken. Granate. Äh, beziehungsweise nicht 74, sondern 62, wenn ihr den mit zwei Apunen haben möchtet, aber wer will das schon. So, gucken wir mal weiter. Was hatte der noch im Angebot, ähm, denn, äh, nur ein Imperial Knight sorgt nicht, oder ein Monastrus Knight, ne, sorgt nicht für, für vollkommene Ekstase hier im, im schönen Bolt. Ähm, sondern, äh, das Ding, das, äh, bin ich jetzt gerade dabei, äh, fertig zu machen. Das kommt als nächstes in den Webshop rein. Ähm, ähm, da kurz, damit ihr so eine Grundidee habt, das Ding ist so groß wie ein Reaver Titan von Fort World. Die Waffen sind auch bei dem wieder austauschbar, inklusive einer kompletten Close-Combat-Version. Hehehehe, find ich super. Und, äh, solltet ihr selber bei euch zu Hause Drucker haben, ähm, der, der könnte den Knight Castle nicht ersetzen, weil, wie gesagt, der ist so groß wie ein Reaver Titan. Der, bei dem weiß ich, der ist ausgedruckt 40 Zentimeter hoch. Das ist das schöne Ding hier vorne. Und, äh, das ist einfach schon mal ein riesiges Viech da. Dann, ähm, was, was ich... Übrigens sehr, sehr großartig an diesem Teil, also, na, auch der, der wird logischerweise deutlich unter seinen, ähm, noch nicht mal unter seinen Inspirationen. Weil das, das ist der Teil, den ich super geil finde. Ich finde, dieser Knight zum Beispiel hier, der passt optisch großartig in die Horace Heresy. Der passt optisch großartig ins Warhammer 40k-Universum. Ähm, weil einfach, äh, einige Marker, finde ich, sehr klar daran inspiriert sind. Auf der anderen Seite, wenn ihr euch mal einen Reaver Titan anschaut bei Fort World, der sieht vollkommen anders aus. Das heißt, ähm, der bekommt es hier, ähm... Ah, der erste, ja. Beim ersten passt es mit dem Knight Castle in Valiant, ja. Ähm, das, was, was der Design einfach hinbekommt, finde ich, ist, ähm, so ein Grundthema zu nehmen und unser eigenes geiles Zeug rauszubauen. Denn das hier, wie gesagt, das ist, weiß ich nicht, ein 40cm großer Mega-Man mit Doppelarmbewaffnung im Knight-Thema. So ein bisschen War on Titan, Nase, aber richtig gut. Also, ne, der gefällt mir richtig, richtig gut. Und, ähm, bin da, bin da schon richtig heiß drauf, äh, den dann auch mein eigen zu nehmen. Denn das sind natürlich so Teile, ähm, die werden wir auch alle für den Laden produzieren. Die werde ich euch auch alle auf Video zeigen. Da weiß ich natürlich nicht, wann genau, denn die haben alle eine lange Produktionszeit. Also, so ein Ding zum Beispiel, ich glaube, da sitzen wir mit allem, was wir haben, da sitzen wir sicherlich eine Woche dran, bis der fertig produziert ist. Aber dafür sieht er halt auch mal Monster gut aus, nicht? Ähm, aber die werden wir euch da auf jeden Fall alle zeigen. Und, äh, da freue ich mich enorm, denn, ähm, unabhängig davon, ob man so ein Ding da spielt, wenn man den als, äh, River Titan spielen möchte, bei Warhammer 40k, 4000 Punkte, einfach haben, ist geil. Und die Details sind bei dem Ding, also, ich habe ihn ja auseinandergebaut gesehen, enorm hoch. Und das, was, ähm, was, äh, Ethereum, beziehungsweise, was das Design-Team da macht, ist, ähm, die, äh, haben in der Regel in PDF-Form dann, ähm, Aufbauanleitung mit dabei. Da muss ich noch gucken, ähm, ich weiß nicht, ob bei dem, bei dem kleinen Knight hier, bei dem weiß ich nicht, ob wir die da ausgedruckt bekommen, bei den großen, da bekommt ihr die natürlich dann auch schön ausgedruckt. Die sind dann auch sehr edel gemacht, das ist echt cool. Ähm, auf den freue ich mich auf jeden Fall auch. Und von dem gibt es auch eine komplette Curves Combat-Version. Sieht sehr cool aus. Gut, was, äh, gibt es da noch? Äh, wie gesagt, äh, Horace Heresy und, äh, dementsprechend Space Marine Chapter sind ein großes Thema. Die bin ich gerade auch am, am fertig rendern. Ähm, sehen jedenfalls mega nice aus. Ähm, dadurch, dass die alle allerdings als, äh, ich sag mal grundsätzliche Inspirationsquelle eher das, äh, Zeitalter der Horace Heresy und nicht, ähm, also 30.000 und nicht 40.000 haben, ähm, gibt's keine Spiky Chaos Space Marines, sag ich mal. Oder wie auch immer er sie da in seinem Universum nennt. Ähm, da ja während der Horace Heresy auch noch keine Spikys da waren, sondern, ähm, anhand der Farben vor allem und der, der Embleme in die unterschiedlichen Chapter sich dargestellt haben. Die Spikes, die kam ja erst in einem Switch von 30.000 zu 40.000. Wirklich durch. Ähm, ja, aber die, die sind, äh, knapp größer als eine Catafracty Armor, haben eine riesen Keule mit am Start. Finde ich schon sehr, sehr cool. Ähm, dann haben wir diese Gesellen hier noch. Auch bei denen weiß ich, wie groß die sind. Die sehen eher, würde ich sagen, Automata, ähm, da ist man dann also wirklich, äh, ohne Flüge kann man die auch als Grey Knights nehmen. Ja, klar, klar. Ähm, äh, haben die auch andere Waffen? Die würden sofort zu, äh, Blood Angels werden. Ja, da kommt gleich noch was mit anderen Waffen. Ähm, also die hier zum Beispiel, die erinnern, ähm, sind, das, das hab ich schon, äh, gesehen, Die sind fünfeinhalb Zentimeter mit Base, sag ich mal, sechs Zentimeter knapp groß. Ähm, die wird man wahrscheinlich als, als erstes dann doch, wenn ihr Horace Heresy, äh, spielt, ähm, da mit sehen. Ich weiß nicht, ob man die da als so eine Talax-Kohort dann nehmen kann. Ähm, alternativ, vielleicht als so ein, so ein, wer sind die denn hier, Battle Automata genau. Für Warhammer 40k kann man die sicherlich auch ideal als, als Baymax-Alternative wählen. Weil die ungefähr auch so groß sind wie in Baymax, also, ähm, Adeptus Mechanicus, das Release steht gerade an. Nur, dass halt diese fünf logischerweise dann, äh, ein bisschen günstiger sind und man mehr an Waffenoptionen dabei hat. Äh, oder wenn ihr die zum Beispiel gerne als, ähm, äh, wie heißen sie jetzt hier, als, äh, Armiger oder ähnliches Count S spielen wollt und die etwas größerer braucht, dann schreibt uns an. Also, eventuell packe ich die auch direkt in, in der zweiten Größe dann mit rein, dann, dann werdet ihr das aber auch sehen. Also, die, äh, das ist übrigens alles das diesmonatige Release. Also, das ist, was der, was der raushaut, ist Granate. Das ist, das ist wirklich, da wird einem ganz schwummerig. So, dann, äh, sind die großen Autos noch rausgekommen. Ähm, das Chassis unten, ähm, fährt einen Landraider platt als gäbe es keinen Morgen mehr. Auch das sind eher die Teile, die man bei Forgeworld dann im Rahmen der titanischen Fahrzeuge bekommt. Also, das sind dann so die, die, die richtig, richtig großen, äh, Viecher, die, äh, so wie so ein Legion Sicarium Battle Tank zum Beispiel. Wobei das, äh, sicherlich noch einfach noch ein kleines Ründchen fast größer ist. Ähm, also das sind so die richtig, richtig großen Oschis und auch bei den Dingern, das ist einfach so, ähm, die sehen großartig aus. Die, äh, Waffen oben, die sind ein Stück austauschbar. Und, ähm, auch da ist es einfach so, haben ist geil. Also, wenn man sich jetzt, oder wenn ihr euch jetzt so zum Beispiel den rechten da mal anschaut, dann nehmt ihr das hintere linke Teil von der, von der Schnecke, die da vorne ist, von der Raupe. Und wenn ihr dann optisch bis zu der Waffe an einem großen Zahnrad gebt, das ist ungefähr ein Landraider von der Größe her. Dann hat man da mal so ein, so ein, so ein Blick für. Und, ähm, also für, für das Edmech gehen die auch super als Panzer, ja. Äh, wie gesagt, also das ist so, ähm, wenn ihr da dann irgendwie guckt, ne, Astra Militarum hat, glaube ich, auch so eine Riesenviecher bei, ähm, bei Forgeworld da mit dabei. Also, das, das kann man alles mega geil machen. Oder so ein, ähm, Malkador, richtig, ich lese es hier gerade eben ab, Malkador Infernus. Ich habe mich da so ein bisschen, ähm, mal mit drauf vorbereiten müssen, denn, ähm, gerade die Namen in der, äh, Horace Hersey, das ist nicht immer ganz so easy, finde ich. Aber, äh, das ist halt so ein, so ein Teil, die finde ich schon ultra großartig. Also, ich werde mir die einfach mal fertig machen, ähm, was ja sonst auch von der, von der Größe her dann so ein Mechanicum, Krios Venator heißt das Ding, ähm, das hat auch halt diese großen Ketten und da nochmal einen oben draufsetzen. Also, die sind, die sind ungefähr so groß wie, wie so ein Forgeworld 250 Euro, 250 Euro, mega. Jo, die sind auf jeden Fall diesen Monat mit rausgekommen und dann, weil ich gerade nach Waffen gefragt wurde, eine Menge Waffensets sind rausgekommen. Und zwar sind die alle passend für, äh, Terminator, Terminatoren sind auch mit rausgekommen. Die heißen dann, äh, logischerweise auch da ein bisschen anders, ähm, denn, äh, denn, der hatte halt logischerweise, da müssen die ja auch, ne, immer so ein bisschen eigene Geschichte mit hinten drunter. Ich mach's mal eben hier kurz auf, dann kann ich euch nämlich darauf sagen, dass, ähm, die gerade, die, die großen heißen dann Hass-Taxi, also auch das, das wird da nicht einfacher zu merken sein, ähm, das sind die Paragon Amos, genau, richtig. Und zwar gibt es da welche, die heißen Heavy Paragon Amos, die sind, äh, äh, von der Größe her wie ein Terminator, der, die haben auch die, äh, eine sehr ähnliche Form. Und dann gibt's die normalen Paragon Amos, die erinnern dann stark an die Space Marines von der Größe her. Und, äh, wenn ihr, wenn ihr so eine Systeme dann spielt, kann man die da auch super nehmen. Und die Arme, die sind halt kompatibel. Ähm, man hat halt alles Mögliche an Waffen mit dabei, das, was er hier auf dem Bild nicht hat und was für mich, ähm, ähm, quasi absoluter Anlass ist, äh, für gute Laune ist, äh, da gibt's Äxte drin. Das heißt, äh, wenn man Chaos Terminator hat und, äh, die, die Standardausrüstung haben, dann hat man jetzt Äxte. Was ein absolut krasser Scheiß ist. Ähm, ja, aber guckt, den, den gibt's schon lange oder länger auf jeden Fall, also auch schon im letzten Jahr, das, äh, der macht das schon echt durchgehend und das ist schon, schon sehr krass, ja. Und jetzt kommt ein Spoiler für Mai. Das war so das Letzte, was ich von dem mitbekommen hab, aber da hatte ich auch schon, äh, da hatte ich auch schon den Händler-Pledge. Ähm, schreibt mal in den Chat, ob ihr ihr kennt, was es ist. Und jetzt sagt mir nicht da links ein kleiner Mensch. So, im, äh, das soll im Mai kommen. Ich glaube, wir brauchen alleine für dieses Modell nochmal ein paar, eine komplette Produktionshalle mit dazu. Ja, das ist das Städtetal, richtig, genau. Das wird der Fuß. Und so groß sind dann die Beine. Und wenn so groß die Beine sind, ne, dann, dann, ja. Da geht dann schon was. Also ich, ich meine, dass der irgendwo zwischen 80 und 100 Zentimetern groß wird, da ich das nicht vollkommen verbaselt hab. Und, äh, so quasi, dass es für, auch zum Mitbespielen dabei ist. Denn, äh, dieses Bild wurde umschrieben mit, äh, wie bekommt man das hin, dass, äh, dass ihr als, als Leute, die das Ding auch, äh, spielen, basteln, benutzen wollt, ähm, dass ihr die Füße modular hinstellen könnt, so wie ihr es wollt. Und gleichzeitig die Platten so sind, dass ihr mit euren Figuren darauf rumlaufen könnt. Ähm, das ist auf jeden Fall der Spoiler für den Mai. Legs me arm, ne? Also das ist schon mal, ja, krasses Ding. Und dann Adeptus Titanicus damit spielen, genau. Kann man mal machen. Ähm, übrigens, apropos Adeptus Titanicus, ähm, da hat, äh, habt ihr den, den Dizelfinger netterweise unter dem letzten Warp-Geflüster, nachdem es jetzt am Montag auf YouTube rausgekommen ist, äh, da quasi getaggt. Und, äh, er hat mich da schon angeschrieben, ich werde ihn jetzt abseits, äh, noch kontaktieren, damit wir da für Adeptus Titanicus mal was an den Start bringen können. Also, das Video war nicht lange online, äh, das, äh, das, äh, das, äh, Warp-Geflüster, da kamen schon die Wünsche hoch, dass ihr das gerne sehen wollt. Und, ähm, der, Dizelfinger, der war ja schon mal da mit seinen Craftworlds, ein unfassbar sympathischer Typ. Und dementsprechend freut mich das enorm, dass, äh, dass ihr da so einen riesen Bock drauf habt. Und, äh, solltest du jetzt gerade eventuell das sehen, ähm, dann, ähm, ja, ich schreibe dich nochmal an, um das auf jeden Fall an den Start zu bringen. Mega. Also, das, das wird super, wird das. So, dann schau ich doch nochmal. Ja, bei Warmer 40k sind wir dann auch soweit durch. Dann, äh, würde ich doch sagen, dann machen wir einmal weiter. Und zwar gehen wir zum nächsten Designer, der jetzt sein monatliche, seine monatlichen Neuheiten rausgehauen hat. Da bin ich gerade dabei, die Sachen fresh zu machen. Und zwar geht's um Bestiarium Minages mit, äh, dem Schleim-Release und einer für mich relativ großen Überraschung. Ähm, huschen wir mal einmal durch. Was denn da so alles hier schönes Neues rausgekommen ist. Also, ich hab euch die Minis ja schon mal gezeigt, ne, hier dicke Brummfliegen. Ähm, was mich sehr wundert ist, oder gewundert hat, ist, ähm, dass, äh, der Läufer da hinten, mit der großen Sense, ähm, wo ich zuerst dachte, der wird so, eventuell so groß wie eine Brummfliege. Nee, nix. Die, äh, drei Jungs vorne, die sind, äh, anvisiert oder doch so, ne, empfohlen, dass die so groß sind wie ein Nörgelbrummfliegen. Das Viech hinten, das, äh, ist, äh, mit entspannten 17 oder 8, oder ist auf 18 Zentimeter Höhe, ähm, vor oder angedacht von Bestiarium Minages. Also, es ist mal so ein richtig großes Viech. Die sind als solche halt super, super schick geworden. Also, ähm, hm, ich stehe ja da drauf. Ähm, was ihr hier eigentlich seht, die sind auch jetzt da alle in der Größe zu sehen, in der sie zumindest angedacht sind. Und, äh, wie ihr da seht, ist da, das, was ich vorher als großer Verpester angekündigte und auch gesehen hatte, was ja so wirkte, finde ich, ähm, ist zumindest in der Grundform da ein bisschen kleiner. Da könnte man jetzt, oder da werde ich natürlich dann für euch einmal ein Demon Princess Nörgel, oder ein, nein, anders heißen sie, ein Verpester Demon, äh, Dämonenprinz machen. Ähm, denn das passt von der Base erstklassig, ähm, und da kann man den Ideal nehmen. Und dann hat man, finde ich, so eine schöne, äh, Analogie zu, zu den Großen mit, mit dieser Maske als solcher. Ähm, Hallöchen. Auf der anderen Seite werde ich den auch ein zweites Mal noch, äh, mit durch, fertig machen, damit der dann auch, äh, auf, auf Full Size kommt und man ihn auch als Verpester nehmen kann. Aber das Ding da hinten, das finde ich einfach mega, mega schick. Die Dinger auch als, äh, als, äh, so eine schleimige, schleimige Bestien. Die logischerweise, ne, also, ähm, sieben an der Zahl, beziehungsweise, ähm, sieben plus eine, so eine Base mit, äh, mit kleinen Mutanten drauf. Dann kann man die nämlich so auch, äh, ideal für, für Saga nehmen, wo man die ja immer im Vierer oder Achter oder Zwölfer Schritt dabei haben muss. Die sehen auf jeden Fall auch sehr schön aus. Ein Träumchen, oder? Also, ich stehe ja total auf den, äh, auch auf Best-Fair-Managers. Der Hardkeeper, ja, also wie gesagt, richtig großes Viech und, ähm, kannst du eigentlich auch ideal dafür nehmen. Ich meine, lasst mal eure Gedanken da. Wenn jemand, äh, so ein Ding mit, äh, 17, 18, äh, Zentimeter Höhe, ähm, mit aufs Schlachtfeld draufstellt und sagt, den würde ich jetzt als, äh, ähm, Dämonenprinzen, äh, da, äh, da, äh, da nutzen wollen, würdet ihr sagen, ja, klar, geil, sieht super aus, oder wäre euch schon wichtig, dass dann da, äh, die Grundform, äh, ein, ein, ein ähnliche kleine Schleimkugel ist? Aber zarte Hände hat der Mann, das ist richtig, aber da fährt er einen riesigen Dotter- und Eitersack unten drunter, mit vielen Geschenken drin. Ähm, die Tamm-Teile größer zu einem Dreadnought machen? Ja, klar, die kann man auch dahin, äh, groß verziehen, genauso wie die, äh, anderen, die, ähm, wo ich sagte, dass man die eventuell in Größe von einer Armiger Hellblave, äh, Hellblave oder Ähnliches machen kann, genau. Also den finde ich, wie gesagt, den finde ich super gut und den finde ich auch nach wie vor mega beeindruckend, ähm, ja, da, äh, gucke ich auch, dass ich den dann einmal auf große Größe ziehe, den Amar, und einmal auf kleine, also, hm. Ähm, dann gibt's, äh, wie Torm schon richtig, ähm, festgestellt hat, es gibt einen Enslaved Moose, einen Elch, der, äh, der es nicht hinter sich hat, sondern der hat einfach richtig viele Geschenke bekommen und feiert es gerade ab. Aber es gibt nicht nur den Elch, sondern es gibt auch noch einen Bären, ja, äh, äh, einen Kampfbären, ähm, auch sehr, sehr geil. Also, komplett großartiges Release mal wieder, was er da hingelegt hat, ähm, sehr, sehr schöne Kiste. So, dann würde ich mal sagen, wir huschen, äh, in Anbetracht auch der Zeit, weil wir sind ja schon mal bei, bei knapp über einer Stunde, ne, äh, huschen wir mal einmal rüber zum nächsten, zur nächsten Ankündigung, äh, aus dem Hause Games Workshop, ähm. Ähm, da geht's wieder um Age of Sigmar, wie man sehen kann, und wieder um ein großes Scenery Piece und eine Figur aus dem, äh, Warhammer Fantasy und Warhammer Age of Sigmar Universum, die, äh, sicherlich enorm ikonisch ist und, äh, die, ja, ich sag mal, durch die neue Miniatur noch ein wenig ikonischer werden könnte. Denn, ähm, es geht um Lord Krog, das habt ihr sicherlich schon mitbekommen, und, ähm, diese Bilder sind als Lord Krog angeteasert. Jetzt gibt es ja auch, äh, nicht nur Lord Krog, oder gab es nicht nur Lord Krog aus, äh, aus Failcast, sondern es gab auch, ähm, ein, ein, äh, Slahn, der auf seinem Thron drauf saß. Deswegen, ähm, würde ich jetzt das vielleicht so, mit so, so ein bisschen Vorsicht, sag ich mal, äh, genießen. Ich weiß nicht, ob, ob da irgendwie so ein Schnick, schnick, äh, Schnicki-Schnacki kommt. Ähm, denn, wenn man sich das anschaut, dann, ähm, sieht man zwar noch ein paar, hier, ein paar Gebinder, also da einmal ohne Helm, das wird dann sicherlich der normale Slahn sein. Oder man kann sich das bei Lord Krog ausruhen, wer weiß. Ähm, man sieht zwar noch ein paar Binden drumherum, aber die Hände, die sind, äh, quasi fleischig, des Gesichtes fleischig, er ist keine komplette Mumie mehr. Auch da, ne, ja, die Knie und alles. Vielleicht ist es Designfreiheit gewesen des Malers, oder es ist ein wichtiger Twist in der Geschichte, äh, denn, ähm, ich sagte es ja vorhin schon, die haben ein neues Broken Realms angekündigt und, äh, Krog wird halt, äh, das neue Broken Realms buchen. Ja. Bei dem Modell macht es auch durchaus Sinn. Also sehr, sehr, sehr schick. Ähm, in dem Zusammenhang kam über Discord Fragen, wie schaut es aus mit denen. Die sind jetzt online. Das heißt, die könnt ihr ab sofort bekommen. Und wenn ihr noch andere Sachen von Lost, äh, äh, Lost Kingdom Managers haben wollt, dann schreibt uns an. Ja, wir haben den großen Händlerzugang, um auch eventuell ein paar sehr schicke Alternativmodelle zu haben. Aber die, äh, großen Jungs da oben rechts und links, die sind ja, die sind auch mittlerweile online. Und, ähm, passend, also total, ich, ich wusste es nicht. Ich wusste wirklich nicht, dass, äh, das jetzt hier, wuppduwupp, ähm, da plötzlich dann hier das, äh, Release von Dings ansteht. Ähm, von den Seraphon. Aber, äh, ja, ich sag mal, die, die Männchen da oben, ich weiß nicht, ob die so wirklich teurer sind als, als, als der, die Clempag. Oh, so. Genug dessen. Huschen wir mal einmal weiter. Ein kleines Ding haben wir noch. Mein Gott. Der alte Herr überzieht hier volle Möhre. Stunde, zehn Minuten. Und falls ihr euch fragt, warum wackele ich so in der Gegend rum? Ähm, um diese Kamera drumherum ist, äh, der Spot, damit, äh, ich, äh, damit ich nicht wieder Schatten von einer Seite habe. Ich hab das beim letzten Mal gesehen, das sah ziemlich kacke aus. Ähm, direkt, damit der Spot um die Kamera drumherum steht, ist da unten drunter logischerweise eine Strecke. Und diese Stange ist genau über dem kleinen Counter, wie lange wir jetzt schon miteinander schnacken. Hm. Äh, gibt's bald auch gegebenenfalls eher alternative Modelle für Fortikem? Ich kann's mir gut vorstellen, ja. Also, ähm, ne, ich glaube, das ist allgemein, das ist so ein Ding, das ist enorm gerade aufstrebend. Also auch, ne, das, äh, was Designer irgendwie angeht, was, was da an Verfügbarkeit angeht, das ist großartig. Ähm, so wie irgendwann vor vier, fünf, sechs Jahren das, das komplette Tabletop-Hobby, finde ich, aus so einem Nischenbereich in einen etwas breiteren Markt reingekommen ist, ist das Ganze jetzt so bei, bei dem Teil. Jo. Schön warm, achso, die, die, die Lampe, die ist nicht warm, das ist ein bisschen. So, dann, äh, würde ich mal sagen, den, äh, dann rümpeln wir mal einmal hier rüber, und zwar zum letzten Teil, nämlich zu Corvus Games Terrain. Schafft's auch irgendwie jedes Mal ins Warp-Geflüster rein, denn jedes Mal kommen wieder schicke neue Sachen um die Ecke. Numero Uno. Wir haben endlich, äh, dank Corvus Games Terrain sehr schicke alternative Scenery-Bases diesmal für Star Wars Legion. Jetzt ist einigen Folge richtig schon aufgefallen, da sind ja überhaupt gar nicht die Großen für den Großen Panzer mit dabei. Die sollen wohl jetzt nachgeliefert werden. Bei den Dingern ziemlich nice. Ähm, es gibt einmal die, wie ihr die hier seht, und dann gibt's die immer mit dem Vermerk Flugbase. Und wenn ihr Flugbases holt, dann ist in der Mitte, genau in der Größe des Stands von Star Wars Legion, äh, eine ebene Fläche, damit ihr den Flieger mit dem Stand gut draufkleben könnt. Und, ähm, nicht durch eventuell irgendwelche Scenery-Sachen da nicht euren Stand passend da platzieren könnt. Das ist auf jeden Fall jetzt gerade neu. Was ebenfalls neu ist, ist eine komplette Cyberpunk, äh, oder komplett drei Gebäude im Cyberpunk-Setting. Deswegen, ähm, das ist einmal das, äh, ikonische Ding, das ist, äh, The Cheap Hotel heißt das Ding. Ähm, die Sachen, die da, Schilderkes oder, oder Gedönskes, die an der Seite dran sind, die sind alle mit so einem Klinkmechanismus da dran. Was ich sehr cool finde, das heißt, ihr könnt das Ding modular aufmachen, umbasteln ein bisschen. Und, äh, was ich vor allem auch sehr cool finde im Moment, das sieht man hier vorne mehr. Nee, gar nicht. Tja. Der alte Mann und die Technik. Da. Ähm, prinzipiell, wenn du das Ding holst, dann sind zwei von den, äh, Balkonen, die auf der zweiten Ebene sind dabei. Aber die werden halt angebracht, so wie man das in der ersten Ebene sieht, in diese Löcher. Da werden kleine Klipse reingemacht und dann steckt man anschließend den Balkon drauf. Das funktioniert sehr gut. Ähm, es gibt allerdings noch ein kleines Add-on quasi mit dabei. Ähm, wenn man mehr von diesen Teilen nimmt, dann ist es, äh, so, dass, zum Beispiel dieses Schild an der Seite und oben, ähm, diese Schilder, die gibt's auch ohne Beschriftung, sodass man da selber was reinbringen kann, äh, oder dass man sie einfach ablassen kann. Und dann kann man da zwei oder drei von diesen Gebäuden teilnehmen. Und dann gibt es Wege, die man dazwischen basteln kann. So wie man das, was weiß ich, bei irgendwelchen, ähm, Science-Fiction-Spielen schon mal gesehen hat. Also, was weiß ich da, äh, 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 wer ist denn von Epic, wo du dich augmentieren und verändern lassen kannst, zum Beispiel? Ich hab's ja beide. Deus Ex, genau. Mein Gott, ja. Aber so in der Richtung kann man das halt zusammenbauen. Und außerdem gibt's das Ganze, ähm, immer bei denen, einmal als, äh, Teil für, ähm, ich sag mal, für, für, für's Tabletop, wo das dann, so wie jetzt, im Raum steht. Und als Version für Skirmish und Pen & Paper, wo die einzelnen Böden noch mit dazu produziert werden. Außerdem, das Rollgitter links, das ist sowohl einmal, so wie da, in geschlossen, mit in der Packung drin und einmal in offen. Und dann kann man von da auch noch ins Fenster rein sehen. Das ist auf jeden Fall alles schön schicky. Die Blue Oyster Bar. Da hab ich sie gerade nicht. So, dann, ähm, ähm, äh, 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 weiteres kleines Gebäude ist das Eat Fresh Organic Gebäudeken. Und das Ganze passt halt, äh, super auch zu den, äh, hab ich die noch mitgebracht? genau richtig dazu der red dragon noodle bar ja richtig und das hier ist genau das ist aber dass das add-on set falls ihr da bock drauf habt da sind die wege drauf und man kann selbst diese noodle bar da sieht man das ist das alternative modell kann man an der seite quasi ein steg dann machen das ist halt schon ein ziemlich schönes modulares gebastel was man da aber komplett veranstalten nach einer stunde 15 minuten wäre ich damit am ende des dieswöchigen warp geflüßtes angekommen ich möchte noch mal daran erinnern donnerstag geht es wieder live um die wurst und diesmal mit sebastian mit dabei und mir zittern die knie denn die knie ist falsch ich bin sehr gespannt wie das ganze wird wenn ihr das gelände haben wollte das ist alles jetzt gerade schon online genauso wie der der monastro slide ist online und die bester um sachen die kommentare halb der nächsten ein zwei tage ebenfalls online wenn ihr da bock drauf an ansonsten schreibt uns gerne an und wir wir tütteln da uns mal ordentlich was zurecht ihr lieben ich lieb es noch mal einmal wie jedes mal an dieser stelle hier vorne durch den chat ob ich etwas vergessen habe aber alles gut ihr lieben wunderbar dann bedanke ich mich riesig für eure aufmerksamkeit dafür dass sie wieder so redlich und enorm viel mit dabei war enorm viel das ist das ist na dann da merkt man es hier kein koffein drin aber wie ist gut dass er geschmacklich auch alles cool aber machte einfach nichts so bevor ich jetzt noch vira rede haue ich jetzt hier in den sack bedanke mich riesig bei euch der großartigsten community und ich kenne ich hoffe dass wir uns am donnerstag wieder reichlich sehen zum live gemosche hier auf twitch und anschließend aus der dose und dass uns nächste woche dienst dann natürlich auch wieder beim live warp geflüster sehen bis dahin ihr lieben bleibt gesund bleibt verspielt habt ihr jetzt noch einen schniegen abend und bis zum nächsten mal immer fein weiter